so, ich probier mal eine Runde El Torero El Torero und mal 50 Cent an packen wir mal das ja dann machen wir was mit hier oh, direkt im ersten Anbau komm, jetzt mach direkt da bitte einen ja bitte, da ist er ja und jetzt am besten direkt noch da rein ach, schade, aber auch schön so, ich finde die Anbau Das war's. Das war's. Das war's. Ja, jetzt hab ich so'n Eindruck, jetzt kommt nix mehr. Dann wechsle ich, glaub ich, nochmal... Oh, was für ein Bild. Wechsle ich, glaub ich, nochmal das Spiel. Jetzt kommen ja nicht mal Skatter. So, ich suche mir mal grad einen Spiegel raus. Mal schauen, ob der Drache gut gelohnt ist und ein paar Freispiele raus haut. So, da kommen das jetzt natürlich auch schon wieder keine Skatter. Hoffen wir mal, dass sich das gleich neu ändert. Weil El Torero hat's ja direkt im ersten Anlauf geklappt. Schade. So, da kommen wir mal. 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 Tja, also der läuft gerade sehr gut. Der Leiter lässt sich auch nicht mehr drücken. Der Leiter lässt sich auch nicht mehr drücken. Der Leiter lässt sich auch nicht mehr drücken. Da mache ich nochmal was anderes. Bis gleich. So, da ich in letzter Zeit ja Glück mit Jokers Cap auf hatte. Probier es damit mal aus. Vielleicht kommen ja ein paar Kappen. Bis zum nächsten Mal. 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 immer nur ein und zwei oder gewinnen bis jetzt oh man Das war's für heute. ok Das war's. So, ich such noch mal was anderes raus, bis später. So, ich such noch mal was anderes. So, ich such noch mal was anderes. So, ich such noch mal was anderes. So, ich such noch mal was anderes.